Meine Damen und Herren, ich freue mich, der Staatspräsident Metropole-Schecko heute wieder einmal bei uns in der Pandemie besitzen zu können. Und sei es Ihnen ganz herzlich willkommen. Wir werden natürlich heute natürlich über die Türen in der Pandemie sprechen, aber genauso auch vor allen Dingen über die Lösung des Konflikts in der Ost-Ukraine im Rahmen des Münchner-Konflikts, und ich freue mich sehr, dass wir die Möglichkeit zu diesen Gesprächen haben. Es wird, dass wir in Normandie-Format ja das Gespräch führen, und ich freue mich deshalb auch den offenen Rater des Präsidenten von Sor Ola, weil sie hier von uns bewusst ist, denn damit Deutschland die Fahrenheit hier auch weiter in einer Richtung gemeinsam mit der Ukraine, aber auch auf der Suche nach Lösungen mit Russland, arbeiten können. Der Präsident Viktor Moschenko hat sich immer wieder zu der Umsetzung von Minsk bekannt. Und die Solinska-Vereinbarungen sind auch die Grundlage, auf der wir weiterarbeiten wollen. Und wir wollen Deutschland und Frankreich in diesem Prozess der Ukraine auch wildfrei zur Seite stellen. Und damit auch die Voraussetzungen geschaffen dürfen, eben auch die Sanktionen aufzuheben, aber soweit sind wir leider noch nicht. Wir werden natürlich auch über die Unterstützung der Ukraine in wirtschaftlichen Fragen zum Beispiel sprechen. Im Rahmen des Aktionsplans der Bundesregierung haben wir die Ukraine 2015 mit 7 Millionen Euro unterstützt. Und wir wollen auch 2016 unsere Unterstützung fortführen. Das heißt also, Deutschland und Frankreich setzen sich weiterhin dafür ein, dass der Minsk-Prozess vorangebracht wird und dieses Projekt genau dazu auch die Reformen geben. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.